Und jetzt, und jetzt verspricht, da gibt es das ebenso Tor und das Spiel geht nicht richtig gut aus. Aber das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Er vor Lucht und irgendwie hätte ich ihn. Andi, warte! Blondie, jetzt wird es gefährlich. Das sieht gut aus. Und jetzt die Schoß. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jetzt wird es gefährlich. Das ist der Treffer! Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Und da macht er sein zweites Tor. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das ist jetzt seine Chance. Und jetzt ein Schuss. Brillant gemacht! Er schießt hier heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer drei. Ganz energisch. Jetzt vielleicht. Da kommt der Pass. Und jetzt der Lopfer. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Durch jetzt die Schoß. Und da hat jetzt das Tor! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Den Ball dreht er klasse rein. Schönes Tor. Was für eine Flugkurve mit Gassen. Das könnte die Chance werden. Super Pass. Jetzt vielleicht. Und Tor! Sie haben so eine Spielfreude. Kein Wunder, dass Sie hier noch ein Tor gemacht haben. Also wollen Sie sichern uns erst mal auf! Der P dance. Und an Sie? Untertitelung des ZDF, 2020